Und da kommt aus der Distanz Michael Stahl zum 1 zu 0. Der bolzt da einfach den Ball weg und Zena, der steht, rutscht weg und schaut und der Ball geht ins Tor. Ist es zu fassen. Ich weiß gar nicht, ob der da mehr machen wollte als ein Pressschlag. Und Michael Stahl ist der Schütze des 1 zu 0. Also die hatten bessere Torchancen, aus denen sie Treffer hätten machen können.